Willkommen zum heutigen Video. Oh shit, direkt am BMX-Verhand. Ja, ich habe heute Morgen festgestellt, meiner Brust geht es wieder ganz gut. Und um das aber mal richtig zu testen, ich mache übrigens gerade Kaffee. Um das mal richtig zu testen, muss ich auch mit dem BMX fahren und ich habe auch richtig Bock und das Wetter ist auch nice. Es ist halt nur, die Temperaturen sind halt wieder gedroppt, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, ich würde sagen, ich sippe jetzt noch den Kaffee und dann fahren wir zu irgendeinem nicen Spot. Ich weiß noch nicht, wohin, aber wo das Leben einen hinführt. Untertitelung im Auftrag des ZDF Zwei Wochen nicht gefahren und gefühlt alles verlernt aber das wird schon wieder aber ich glaube heute bin ich noch gar nicht so fit deswegen würde ich sagen wir machen aus dieser Episode einen Zweiteiler und wir sehen uns an einem fitteren Tag ähm ja also Schnitt zum nächsten Tag so heute ist der nächste Tag ich würde sagen wir machen mal ein Switch auf die GoPro weil ich fahre jetzt zum Pappelplatz weil da ist Leo gleich und dann würde er ein bisschen skaten und ich ein bisschen BMX cruisen also wieder anfangen habe ja gestern schon mal gemerkt dass ich ganz schön eingekrustet bin also let's go jetzt geht's go Das war's. 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 Das war's.